Guten Tag und herzlich willkommen zur Tagesschau. Die Facebook-Seite der Blazka bei der Blazka erreicht die vergangene Woche die 500-Light-Marke. In diesem Zuge möchten wir nochmal auf den laufenden Vorverkauf für das Blazka Saison-Opening hinweisen. Bereits seit letzter Woche können die Karten unter www.blazka.de oder bei der Bäckerei Schlegel erworben werden. Die Blazka-Pelle Blazka freut sich auf den Besuch von Schwarzwurstblech. Wir schalten nun live ins Probelokal von Schwarzwurstblech. Hey Leute, wir sind die Jungs von Schwarzwurstblech. Wir sind eine fetzige Blechtruppe, bestehend aus 9 Musikern und wir kommen aus dem Allgäu, also von der anderen Seite des Bodensees. Als Special Guest haben wir natürlich ein buntes, knackiges Programm für euch zusammengestellt und wir freuen uns riesig auf diesen Abend. Also lasst euch das auf keinen Fall entgehen. Zusammen mit unseren Freunden von Blazka rocken wir die Bude ordentlich. Also, bis dann. Wir sehen uns. Vielen Dank nach Essen an Schwarzwurstblech. Kommen wir nun zum Wetter. Nach dem heftigen Schneefall am Wochenende wird es stetig grüner. Und das war's von uns meine Freunde. Wir wünschen noch einen schönen Tag. decken uns bei den verschiedenen parlamenten 缺nen Reich graffiti. Die Facebookseite der Blazka被.... kennst ihr euch?? Guten Tag, mein herzlich willkommen. Die 500-Like-Marke. In diesem Zuge möchten wir noch... In diesem Zuge... Das war das Falsche. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Ihr könnt das Ding mal rausschieben. Nach dem heftigen Schneefall... Soll ich überhaupt so oder soll ich einfach...